Intro Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Survival Games Und mit dabei ist der fette Stil Dieser Banause der da hinten rumrennt Und es geht schon direkt los auf Survival Games 6 diesmal Die ist schon lange nicht mehr gevotet worden Also die spielen wir nicht so häufig Aber wir haben noch eine Route von früher Und ich hab zwei Eisen Und zwei Gold Aber ich raste nicht aus, weil die wollen hier natürlich alle leben Du diesen Professor Ted Der hinter dir läuft, der muss sterben Weil der ist irgendwie Ted Mosby Ne, da ist nichts mehr drin Okay, den stoße ich jetzt runter Kommt der über Ich hab auch eine Holzaxt bei uns War das ein GG? War das ein GG? Bam Der hier noch direkt hinterher gesch... Da war einer mit einer Schnellangst Oh, das war easy Nein GG, okay Weil ich übel damage gekommen Okay, komm, wir gehen zum Schiff Ich glaub, guck mal, du musst mal schauen Ich glaub, du hast ne, ähm... Ne Steinachse oder so Ne, ein Steinshirt, nice Passt du mal auf, ob hier einer, äh, reinkommt Ja, warte, ich bin noch nicht unten Ja, warte, ich bin noch nicht unten Ah, jetzt Ich renne noch schnell Ah! Stimmt, kommt einer von der anderen Seite Oder du bist ein, du bist ein Maulwurf Schnell! Okay, hab's geschafft Hier Hier, nimm das Da kommt einer Mann, Mann Mann, bleib stehen, Mann, bleib stehen Bring doch nix mehr, Mann Hier ist ein Lederstiefel Ja, nimm das Ich hab schon ein Eiserstiefel Hier ist ein Holzschwert Hab doch schon ein Steinschwert Ich wollte einfach nur den Müll entfernen Oh nein, er muss stehen bleiben Bleib doch mal stehen, bitte Das bringt doch nix zu leben Vanessa S Nein, Steal Pusch Ja, klasse Typ, der Steal hier Hey, das ist Zeit für dich, Junge Dankeschön Okay, komm, wir gehen zu, äh, wir gehen zu unserer Guck mal, killen hier alle? Waren noch nicht bei unserer Route Alter, ich hab richtig viel Punkte gegeben Was? Mir zwar egal, aber der hat 500 noch was wurde gegeben, ey Echt? Ein wichtiges Haltgediebt Oh, von Issen keine süße Banause Bam Ja, ich hab's ja schon mal in ein paar Videos angesprochen, dass ich das einfach nicht, irgendwie nicht gut finde, dass man immer so auf Punkte geht, also die meisten so nur wegen Punkten spielen und nicht mehr wegen Spaß und so Sondern nur wenn sie Punkte dann verlieren, äh, heulen sie rum Oh, ich hab ja auch zwei Eisern, neis Finde ich nicht so geil Hast du einen Stick? Ne Doch, hab ich, ich mach mal Eisenshirt, ich mach mal Eisenshirt Wie viele Sticks hast du? Vier Ja komm, dann gib mir auch einen, dann können wir jetzt einen Eisenshirt machen Echt? Läuft Okay, komm Und ich find's halt nicht gut, dass man, dass man nur wegen, ähm Also ich kann... 's eigentlich mal Eisensh robotisch Nö, 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 kannst du mumen draußen, bleibÑ, uhhh neu, we бесплатisch Gehl, ey- und jo und ich bin es halt einfach nicht gut dass man so nur wegen punkten spielt sondern ich spiele eigentlich nur wegen spaß und ich mit stil spiele und eigentlich spiele ich auch immer eigentlich machen auch die meisten team ich mache eigentlich nur wenn ich auf ein aufnehme team halten nur dass wir halt die aufnahmen ein bisschen irgendwie lustiger wird und so dass ich nicht mit ganzer mit mir selbst reden muss deswegen nehme ich eigentlich immer im team nur auf hast du schon brustpanzer die ohne das hat mir weh getan die hälfte des lebens weg gehauen echt alt ich hab hier eine eisenhose gefunden ab und einfach mal läuft und ich spiele eigentlich nur wegen dem spaß und nicht wegen punkten es gibt ja viele es gibt ja einfach viele leute die oder viele viele spieler die da einfach nur wegen punkten spielen und wenn sie dann sterben oder punkte verlieren viele dann sind sie halt traurig und heulen drum aber das finde ich halt nicht so cool aber naja musst du mal machen das ist einfach so kommen wir doch oder drüben ist ein also drüben ist ein zweit team oder ist die ich muss ja noch ein schön machen kommt schnell hoch ich komme wenigstens auf der leiter okay ein angene rinne da ist ein bisschen lustig für mich alter guck mal was du hast und ich habe nichts ich wüsste nicht ob du den brustpanzer hast da habe ich einen goldbrustpanzer weggehauen in die lava nein der liegt da unten er gibt mir doch mal sachen jetzt er gibt noch mal das eisen dann kann ich dir das eisen schön machen hast du einen bogen ja hier ist der ok komm mit dann das sind Pfeile ja ok thank you und so ok komm wir gehen nach unten das sind noch deine Sachen oh ich muss nicht kratzen ich muss nicht kratzen sie hat einfach den Femtee runtergelassen ja guckst du das so ein Banose ja ein bisschen hingang ja hier ja du sagst hier hier bringt mir nichts es bringt hundertprozentig was da guckst du dich dann um und findest es selbst daraus hier ist die hier ist am Auspanzer Steil nimm doch mal einen von den 360 gemacht hat den ganzen Müll auf da kommt einer hoch Banose bleib ich stehen bleib ich stehen bleib ich stehen man oh bleib ich stehen Banose bleib ich stehen ah Mist ich hab ne Angel bringt doch nichts mehr weiter mann oh mein Gott er hat Feuer gesetzt und ich bin irgendwie durchgeglitscht durchgesprungen bam 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 hopp 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 was sollen die scheiße hab ich ne Angel ne komm hier ich hab ne Angel aber ja genau man bleib stehen geh weg ich stell der Feuersitz geh doch weg was hast du was hast du was hast du mann du hau ab oh ich hab ihn getroffen wie kann man denn so schnell Feuer setzen richtig heftig der Typ nice nice gg nice nice geh weg gut ich schieße immer dich ab du musst mich weiter warte doch man jetzt kommt der Schuss das Jahrhundert scheiße aber kacke ich sammle den Pfeil mal auf oh keine Pfeile mehr ich wollte auch nen guten Schuss machen aber er war verkackt ja kommst du du musst ihn noch holen jetzt mal so langsam Mann Alter ich dachte der Krecke hat auf mich zu da schlägt der du musst dich der will regenerieren bestimmt he wants to regenerate wo gehst du denn hin ich hol den Kuchen ich hol den Kuchen ich hol den Kuchen oh nein Daily nein nicht du oh sein Feuerzeug ist kaputt oh er hat voll Schaden genommen wieder brennt und rennt ich spring ins Wasser wie lange überlebt er das ist doch unmöglich 8 mal gehittet der rennt die ganze Zeit der konnte davon was essen hat er was gegessen gegessen ja ich muss aufpassen ja schön hast du den Schaden gegeben oder ne ich sag dir bloß die Frieden ich ess kurz was oh mein er hat solche Jumpskills nicht nein es ist unmöglich es ist am wie kann er mich denn treffen ich war doch schon zwei Blöcke nebendran ich lag immer so rum es ist unmöglich man kann ich mit den Eisenhansch gehen hier ja einfach hin so hier ist ein Bogen für dich jetzt die hab schon hä er hat noch einen Iron alter naaa so nein nein ich mach mir Feuerzeug nice ok ich geh jetzt nach oben warte mal kurz bitte nein Junge das ist richtig unnormal hä was hab ich gemacht ich brenne krass wie kann das sein wahrscheinlich ist Meteoroid angeschlagen Junge da hast du vielleicht Flint weggemacht boah ich nehm richtig heftig Damage ja wahrscheinlich dann geh doch ins Wasser ey guck mal wie ich den Wind finde dann lass den verbrannt du Wichser wo gehts denn hier hoch hab noch eins ja hier ist die komm doch mal hier lang in die Richtung ja in meine Richtung seh ich nicht du weißt du jetzt meine Shunkle oder Teile was weiß ich nur auf hey hey hee he olha Junge alter ich Naja du kannst kein Essen mehr komm doch her ich hab 5 Emelien immer ich geh jetzt hoch mach jetzt nichts mehr kannst du mir Essen selber noch ok ok meine rohsche in seiner hex schwimmhex schwimmhex was denn da hinten hat schwimmhex er schwimmt einfach schwimmen ist unerlaubt er hat einfach nur schwimmt lassen dann nur hat er schwimmt flügel an ja kein wunder dass er in der oberfläche bleibt eine oberfläche genau eine oberfläche hallo oh man so und deathmatch ist schon weil es eine kurze knackige runde zum etten ich glaube etten ist ein falscher ausdruck für das ja dann kommen wir schnell an die oberfläche mal okay okay dann nimm das essen ja ich bezahle dafür ja ich habe es auch für andere tätigkeiten dienstleistungen nö das mache ich mir sonst ach so cool stiiiil jo du bist so ein lampen alter weißt du ein eisenschert ja guck ich habe ein eisenschert ich habe doch ein eisenschert guck ist doch ein eisenschert oder oder ist es nicht weiss ich nicht ich sehe bei mir aus wie ein steinschert was bist du oh nein ja ja fein aber das sieht bei mir immer so aus bam bam ich nehme den anderen typen der ist richtig süß oder brauchst du Hilfe ne danke für push schieße immer nur dich ab oooh ok jetzt machen wir die wir machen jetzt die offizielle nunansche one hit challenge stieh mach mal bitte one hit challenge ok das heißt wenn ihr die one hit challenge macht ihr müsst so lange rumspringen bis ihr nicht mehr regeneriert dann springt ihr runter so lange bis ihr nur noch ein halbes herz habt ich bin es richtig versprengt, ich habe nämlich richtig viel Damage bekommen dann kann ich hier runterspringen so, bis sie nur noch ein oder ein halbes Herz hat. Anderthalb, bei Einsrägern ist es immer noch nein, ich meine ganz normale Herzen dass man halt mit der Faust einen totschlagen kann Achtung, ich schieße hör auf man, letztens wollten wir es auch machen, dann schießt er mich den Bogen ab oh, ich habe gegessen oh, ich habe ein halbes Herz oh, ich habe 450 Melonen, Alter gerade gedacht, ich sterbe, so okay, und dann entleert ihr euer ganzes Inventar so, circa komm mal bitte her nein, ich komme nicht zu dir du hast mich mit einem Eisenschert schlagen achso, dann gib ich habe auch meinen Angeln die Angeln, aber man darf nicht nee, ganz nicht sag du mal, wie viel Schlag okay, gut, das ist zu viel, ist weg und jetzt nochmal der Faust spring du runter, ja, sag mal Schlag, nochmal warte, ich schieße den Bier jetzt oh, immer weiter zweieinhalb zweieinhalb, okay, gut ein Herz oder eineinhalb oder ein halbes ein Herz nein, spring nicht so weit kriege ich gar keinen Schaden ich bin aber unvorsichtig mein Züger ich habe eine halbe Stufe mein okay, ein halbes Herz ist das jetzt das ist, wenn ich dich mit der Angel treffe nee, dann steht man ja nicht aber du kannst mich halt zurückstoßen echt? okay du musst alles, das ganze Inventar entleeren ich habe nur noch die Angel in der Hand nee, das musst du ja raus machen warte, ach so, dann gucken wir mal eh nicht mehr drei, zwei, eins los nee komm weg, komm weg, komm weg oh mein Gott oh nein oh nein, ich glaube nicht ich glaube nicht Steve, wo bist du, Mann? scheiße, hab ich gesehen jetzt komm ich zum Angriff versteck mich ich bringe dich runter wahrscheinlich versteck mich oh nein du bist in einem besten Finger nein ja nein so, und das war es auch schon von der Runde Survival Games ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn sie euch gefallen hat dann könnt ihr natürlich eine positive Bewertung da lassen und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin ciao 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 ciao